Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen den 18. Deutschen Bundestag zu eröffnen. Ich begrüße alle, die, die schon viele Jahre unsere Mitstreiter gewesen sind und die, die neu dazugekommen sind und in eine faszinierende Arbeitsstaaten. Ich denke auch an die Kollegen, die hier nicht mehr im Parlament sind. Die FDP hat seit Beginn der Bundesrepublik aus dem Parlament den liberalen Geist deutsche Politik mitgestaltet. Sie ist nicht mehr vertreten. Aber alle ehemaligen Kollegen bleiben uns in Freundschaft und in Herzlichkeit verbunden. Alle ehemaligen gehören genauso zu unserer Gemeinschaft. Und wir danken Ihnen für die Arbeit, die Sie über Jahre für uns und mit uns geleistet haben. Unsere Arbeit beginnen wir heute in einer unübersichtlichen Zeit. Aber Deutschland ist stark in der Gemeinschaft Europas. Wir haben kritische Jahre bestanden. Wir haben mehr Arbeitsplätze, als wir sie jemals hatten. Unsere Industrie ist stark, Innovationsstark auf dem Weltmarkt. Die Schuldenbremse, wie wir sie ins Grundgesetz geschrieben haben, beginnt zu wirken. Und über all dem ist es uns gelungen, in schwieriger Zeit den sozialen Frieden in unserem Land zu bewahren. Unsere politische und gesellschaftliche Kultur hat sich in diesen Jahren bewährt. Wir haben eine Tarifpartnerschaft, die aus Konflikten gemeinsame Lösungen erarbeitet. Wir haben inzwischen eine Wissenschaft, die sich einlässt in die öffentliche Debatte zu Klima und Umwelt, zu den Finanzmärkten, zum Umgang mit menschlichem Erbgut. Wir haben eine Qualitätspresse, die jenseits von Twitter und 30-Sekunden-Statements Orientierungswissen erarbeitet, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Wir haben einen Rechtsstaat und eine tüchtige Verwaltung. Und wir haben diese repräsentative Demokratie, dieses Parlament mit Männern und Frauen aller Altersstufen, aus den unterschiedlichen Berufen, von den verschiedenen Herkünften, mit verschiedenen Interessen, mit verschiedenen Neigungen, mit verschiedenen Wertesystemen, so vielfältig wie das deutsche Volk. Und diesem Parlament ist anvertraut, für die nächsten Jahre unsere Zukunft zu bauen. In einer idealen Welt könnte man sich hier vorstellen, dass vielleicht noch einige mehr Naturwissenschaftler oder Betriebsräte oder Unternehmer dabei sind. Auch diese sollten wissen, dass die Zukunft ihrer eigenen Arbeit hiermit entschieden wird. Aber so sind wir jetzt gewählt, wie wir hier sind. Und so werden wir die Arbeit von uns aus angehen.